zeiten draußen wird es kälter ja wir haben mal wieder so eine schöne dating frage kannst mir auch schicken auf libysche.de solche fragen wie es auch jetzt die aktuellen oktober kurse wieder gibt antidrama challenge bestimmt was für euch selbst liebe challenge und manifestation challenge heute reden wir aber über ja so ein dating start und ja wenn sich jemand jetzt positiv gesagt ganz anderes melde verhalten hat als man selber negativ gesagt ja wenn jemand vielleicht womöglich sogar hot and cold spielt wie kann man das unterscheiden und schauen wir mal aber sich nicht zurückmeldet und solche sachen hallo christian ich habe dann einen dating prozess beendet und möchte so gerne wissen ob ich da richtig gehe oder meine bindungsangst am werk war ich habe noch über einem jahr nach der letzten trennung modul 0 also liebeskummer kurz einen mann gedatet den ich länger aus analogen also wahrscheinlich offline kontext kannte erschien aufgeräumt und klar ließ mich aber wissen dass er es langsam angehen wolle ist für mich schon so ein kleines störgefühl weil also wenn du jemanden richtig gut findest dann willst du willst es eigentlich langsam angehen lassen so langsam angehen lassen ist eigentlich das hört sich so so vernünftig ein also für leute die vielleicht in so einer selbsthilfeszene sind macht das auch so sein irgendwie aber so auf dem freien markt wenn sie jemand sagt langsam angehen lassen dass die übersetzung eigentlich so interessiert bin ich jetzt auch nicht aber kann man ja mal mitnehmen so ne weil wie gesagt wenn jemand richtig denkt du bist einfach geilste scheiß irgendwie nach der mondlandung so dann ja will man sich nicht langsam angehen lassen so ne ich sagte das sei ganz gut für mich wie gesagt das hört sich so vernünftig an aber ja solange wir exklusiv daten ja immerhin das hast du angesprochen sehr gut klar das unterschreibe er sofort aber da siehst du ja schon dass du sowas klar heutzutage muss man das ansprechen verstehe ich auch aber allein dass du jetzt schon gleich auf solche themen kommst dass du schon gleich merkst so richtig drive ist ja nicht dahinter ne so dann kamen bald auch alle anderen prioritäten auf den tisch job sport etc dem sehr wichtig sind finde ich ja gut wenn wir eine eigene hobbys und ziele haben ja absolut aber ich will mich auch nicht auf platz 17 in der warteschlange stellen genau richtig er meldet sich zirka zweimal wöchentlich und wir gingen ab und an spazieren keine richtigen dates so abends und so kerzenschein als er mich letzten mittwochabend anrief konnte ich nicht gleich rangehen und als ich eine fülle stunde später anrief ging er nicht ran also das sind so sachen dass ich kann es jetzt nicht jemandem einzelfall immer sagen ob das intentionale ist oder böser wille oder aber das sind wie eigentlich meine toxischen beziehungen immer angefangen hatten mit man geht nicht ans telefon man und dann dann kommt man ja ganz schnell vor allem wenn man da selber soll ich mal sagen vielleicht so ein paar wunden hat aus der vergangenheit da kommt man ja schnell ja denkt was was ist denn jetzt los und man findet den anderen vielleicht schon ganz gut und schon ein paar bisschen bindung und dann geht da kennt man das vielleicht von mami die vielleicht auch nicht mehr verfügbar war oder papi dann geht das schon wieder los ja warum bin ich jetzt eine fünfte stunde später warum geht die person nicht dran nicht also das ist noch ein zeichen von einer sicheren bindung dass man entweder weiß warum der andere nicht dran geht weil man weiß immer abends um 21 uhr wird immer die playmobil sammlung neu geordnet oder ich weiß nicht was oder es wird eben drangegangen so ne aber das ist sind so sachen man die dann anspricht dann ist man gleich nervig und nidi und aber das ist das kostet so viel lebensenergie wenn leute so so nachlässig kommunizieren und damit ja auch signalisieren hey du bist nicht wichtig so am nächsten morgen drückt er mich weg was ja notwendig sein kann wenn man auf der arbeit ist meldte sich aber an dem tag nicht mehr also da muss ich ganz ehrlich sagen ich mach wie gesagt ich kann jedem empfehlen mach mal modul 1 bei mir standard zum deal breaker auch viele andere sachen das modul ich sag das immer zu sagen mal mit standard zum deal breaker aber sind auch sachen über bindungsangst verlustangst ist wirklich so ein irgendwie mein basis kurs einfach kann ich euch allen nur empfehlen weil also das wäre definitiv auf meiner deal breaker liste so ich werde einmal weggedrückt und nicht sofort zeitnah wieder zurückgerufen natürlich kann das mal sein aber man weiß ja was das mit einem macht wenn du jemanden wegdrückst und da müsste ich schon also man kann ja auch wegdrücken dass wenn man am telefon hängen und kann man kurz vor allen dingen seid ja noch seid ja noch nicht 50 jahre zusammen weißt du man will sich ja noch bemühen um den anderen und dann schreibt man zurück ich kann gerade nicht sprechen fertig und melde sich zeitnah ich meine er wird ja jetzt nicht keine ahnung weil bei nächsten weltraum mission dabei sein und gerade die erde umrunden kann ich ans telefon gehen also also einmal eine sonnennummer wegdrücken und nicht zurückrufen wäre für mich ganz klar hundertprozentig ein absoluter deal breaker wo ich genau weiß diese scheiße gibt nur kopfschmerzen wäre bei mir also wäre sofort uninteressant die person also was jetzt nicht heißt dass man denen dass man den jetzt eine gardinen predigt hält oder hast du überhaupt ich würde sowieso überhaupt keinen aufrüst machen aber für mich wäre das sofort also mit der aktion wäre er bei mir auf das hast du gesagt platz 17 aber wäre bei mir auf platz 94 also wenn sich jemand distanziert entweder lasst das gleich weil distanziert euch doppelt und dreifach kann ich nur sagen also das finde ich echt direkt muss ich echt sagen man muss dazu sagen dass ich mit sms schwierigkeiten habe und wir haben keinen gemeinsamen messenger also erstmal kann man ja auch anrufen und wieso das verstehe ich jetzt auch nicht wieso installiert sich dann nicht einer den anderen messenger aus das kann ich auch nicht also wenn du jetzt irgendwelche bedenken hast weil du vielleicht irgendwelche sicherer findest warum kann er da nicht die oder du seine wir wollen uns das leben ja auch nicht so schwer machen aber letzten endes hätte er auch anrufen können das ist so man will ich dann immer gründe ja warum ist das ganz normal ist dann nicht zurückgerufen hat ja wir haben nicht den gleichen messenger oder wir haben den anderen mobilfunkanbieter oder vielleicht wohnt er im funkloch aber das ist genau dieser mein fakt den man will man gar nicht haben will über seinen scheiß gar nicht nachdenken und wenn er sich mehr mühe gegeben hätte hätte er sich sicher nicht melden können bin ich mir ganz sicher so ich hatte drei tage nichts von ihm ja ich meine das beantwortet das ja nochmal worauf es mir echt beschissen ging ja und es ist ganz normal wenn man da wie gesagt sowieso schon vielleicht vorwunden hat und das ist exakt das was eine nicht sichere bindung ausmacht und was wir nicht haben wollen das kann man ganz klar so sagen muss man gar nicht drüber nachdenken so als er mich sonntag abend anrief war ich durch meinen alten schmerz durch aber auch nur noch angekühlt ja man man übernimmt verantwortung für die eigenen schmerzen ganz richtig und angekühlt also ich denke sollte es hier an dem punkt solltest du auf minus 74 grad ne wie in jahr kurz sibirien sein so ne beziehungsweise völlig in ordnung wenn du auch gar nicht mehr dran gehen würdest denken würdest was soll ich mit dir noch reden na ist denn los ich sag ihm dass das so nicht laufe ja aber das sind alles sachen das meine erfahrung ist das kann man gar nicht besprechen das sind so basis menschlicher anstand das haben eben nicht alle menschen ich meine ich habe die welt nicht gemacht das haben die alle menschen wenn man das nicht mitbekommen hat oder wenn einem das nicht wenn einem die empathie fällt für sowas ich hätte gar keine lust wirst du dem was jetzt beibringen weiß ich nicht da kriegst ja nur blöde sprüche die wir wahrscheinlich jetzt bekommen werden er wusste gar nicht was mein problem ist ähm er hätte wahrscheinlich schon geschlafen ja um 9 uhr ja also kann man wieder überlegen lügt er dich an aber das sind alles sachen das das alles drama ne macht den anti drama kurs wenn ihr sowas kennt ist wirklich ein super super add on das ist alles drama wenn man auf sowas steht alles drama ne übrigens mein zebra angehangen ja ja alles drama 21 uhr schlafen also erinnert mich daran mich mal jemand gedetet habt ja beruflich immer viel unterwegs so und dann immer ja ich hatte kein netz konnte nicht reingehen ich war feiern und er hätte mich auch nicht weggedrückt hätte es gar nicht bemerkt na das müssen wir glaube ich unter gaslighting ab buchen habe ich überreagiert nee du hast unterreagiert sind ja noch kein paar die seit ich meine das kann ich immer nicht verstehen ihr datet doch jetzt exklusiv du hast vier fünfmal getroffen natürlich seid ihr also allein schon dass du jetzt in diese 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 wirklichkeitskonstruktion mitmacht du bist kein paar daraus schließt ja schon ja dann kann ich auch schlechter behandelt werden aber weiß ich nicht vielleicht habt ihr auch schon körperlichkeiten ausgetauscht keine ahnung auf jeden fall dater die ja scheinbar oder selbst und selbst wenn es freundschaftlich wäre nee aber man klar wenn man sich jetzt ewig kennt und man weiß wie der andere tät man weiß das sind ja ganz andere sachen also dass wir haben jetzt hier was romantisches klar wenn du einen alten freund hast und der weiß dann meldet sich immer ein tag später das ist ja eine ganz andere geschichte ist also im besten fall ist es so unempathisch oder war ich konsequent ja absolut habe gesagt dass ich auf heiß kaltspielchen keinen bock habe und dass wir nicht daten brauchen wenn er keine zeit hat und dass wenn du das jetzt noch so ganz nett gesagt hast du alles gut weißt du äh und auch noch so gesagt hast mit so also dass es auch klar ist dass du jetzt nicht mehr weiter daten willst nach der ne dass du auch dass wir auch gar nicht diskutieren braucht ist alles gut du date mal jemand anders dem was nichts ausmacht ja wenn du das so ganz cool rübergebracht hast 1 plus ne dank für deine schützung habe alle 935 folgen auf spotify gehört so lobe ich mir das unterstützt gern mein kanal gesagt wir haben ja mission 50.000 abonnenten spotify weiß ich gar nicht wie viel man da hat also lasst mir gerne mal kommentare auch auf spotify oder so eine fünf sterne bewertung oder auf youtube das übliche oder kanalmitgliedschaft keine euro unterstützung immer gebrauchen wenn ihr weiter kostenlosen content hamburg so so habe alle 935 folgen aus spotify gehört und will gern vier sechs oder neun machen das sind die bindungsangst kurse aber das ich habe das thema jetzt komplett vergessen was am anfang gesagt hast weil das für mich mit bindungsangst nichts zu tun hat das ist einfach konsequente anwendung von modul 1 was du hier machst ne also wenn du meinst du hast da trotzdem thema mit will ich da gar nicht von abbringen aber wenn du hier irgendwelche zweifel noch hast natürlich eher modul 1 empfehlen aber du hast ja eigentlich richtig reagiert und klar will man da manchmal noch mal bestätigungen haben in diesem sinne macht euch auf den weg macht die freien kurse vielleicht sehen wir uns auf den veranstaltungen in berlin leipzig oder hamburg liebesche party da spätestens und bis bald findet ihr auf event team alles und auf meiner website wir sehen uns